Die Vereinigten Mineraliensammler Osttirol veranstalten wieder ihre Mineralienshow im Kultursaal Nussdorf-Dewand. Der Verein feierte eigentlich im Jahr 2020 das 30-jährige Bestandsjubiläum. Die heurige Ausstellung stand ganz unter dem Motto über 30 Jahre Vereinigten Mineraliensammler Osttirols. Auch internationale Aussteller zeigten am Sonntag Mineralien und Schmuck aus aller Welt, die man auch käuflich erwerben konnte. Die über 50 Vereinsmitglieder präsentierten in einer großen Sonderschau ihre einzigartigen Sammlerstücke wie Amnidist, Bergkristalle, Fossile und vieles mehr aus der Region. Kultursaal Nussmann República – 351-4 p.m. Wohl! – Het Wohl! – Hayhring Wohl! – Het Wohl! – Sälel sales. –yout! – Häelt! Vielen Dank.